In jener Zeit fragte Pilatus Jesus, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, sagst du das von dir aus, oder haben es die anderen über mich gesagt? Pilatus entgegnete, bin ich denn ein Jude? Dein eigenes Volk und die hohen Priester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Aber mein Königtum ist nicht von hier. Pilatus sagte zu ihm, also bist du doch ein König. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Nein, ich glaube, das war gut. Mögeplote, der aus der Wahrheit steht heute, Entschlגם. Untertitelung des ZDF, 2020